Musik Jo Leute, 14.0 mit CineVencingQ ist heute auf dem VP-Kanal-Kanal am Stand heute Seht ihr hinterher nur ein übertrieben krasses Gameplay und zwar eine 86 Sekunden-Mob von dem VP-Remix Das ist über krasses Gameplay, manchmal denke ich mir echt, wie kann einfach ein Gameplay wieder solche krassen Gameplays erreichen In der Zeit, wo die zwei oder drei Nuklear oder Moabs machen, mache ich eine, ohne Scheiß Wie kann man so krass sein, aber schaut bei Remix vorbei, hat er auf alle Fälle verdient für dieses krasse Gameplay Und ja, erstmal vom ganzen klaren Danke an Tunes für die ganzen Avatare, die du uns gemacht hast Die sehen übertrieben geil aus und wenn ihr einen Avatar sehen wollt, wenn ihr sehen wollt, wie der aussieht Also an alle Zuschauer, dann müsst ihr einfach bei mir vorbeischauen Dann seht ihr einfach den Avatar, habe ich schon reingestellt, müsst ihr einfach mal anschauen Und ja, Eigenwerbung for the win, ich meine ja, habe ich gesagt, dass ihr bei mir vorbeischauen sollt, damit ihr die Avatare sehen könnt Ja, ist ja auch egal Und schaut bei Tunes vorbei, wegen den Avataren Also wenn ihr, ja, einfach als Bedankung schaut bei ihm vorbei, einfach, muss ich einfach sagen Und ja, die Montage wird bald fertig sein Ja Jungs, wird wahrscheinlich so ungefähr übernächste Woche fertig sein Es gab da ein paar Probleme, weil der Editor im Urlaub war Ähm, deswegen hat sich das alles ein bisschen verschoben Ist traurig, aber die wird bald fertig sein Übertrieben geil, ich freue mich schon richtig hart Und ja, mehr sollt ihr eigentlich gar nicht ansprechen Heute kommt noch kein krasses Video Weil das einfach nur so ein kurzes Gameplay ist Und einfach mal so ein Informationsvideo gar nicht schaden kann Und deswegen würde ich mal sagen Wenn ihr die Avatare sehen wollt, schaut bei mir vorbei, würde ich sagen Schaut beim Gameplayspieler vorbei Und schaut beim Tunes vorbei Und dann würde ich sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal Ciao Ciao